Ich denke meine Chancen stehen ziemlich gut. Ich habe schon etwas mehr Lebenserfahrung und kann mit solchen Drucksituationen besser umgehen. Dennoch würde ich einfach mit ganz viel Spaß an die Sache herangehen. Das ist etwas ganz Spezielles. Ich freue mich riesig darauf. Durch mein Alter bin ich denke ich etwas risikofreudiger und werde alles geben. Gegen mich ist die Chancen los. Ich will den Lauf auf jeden Fall gewinnen. Ich weiß, dass Max ein starker Gegner ist, aber ich habe die Jugend auf meiner Seite und das werde ich nutzen. Max, zieh dich warm an. erstellt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020